Musik Wo gehen wir hin? Wir gehen auf Basel Basel Sommercasino 27. Mai Event von unserem Bro, den wir am Sonneis kennengelernt haben Ja, wird gut Sick Ich muss kommen Ich freue mich auch mehr Das ist ja Ich meine, das ist ein verdammter Whip Ein verdammter Whip Das ist, wenn die Physik von Frank investiert in ihr Fahrer Kommt er dich gesund abholen Jetzt haben wir noch ein Nummernschild ausgelandet Super Was ist das? Wahrscheinlich Ich gebe Bandschrips Was geht so mit Jetzt kann ich die Gelegenheit nutzen, um zu Dank sagen Das ist ja ESN Wenn sie keine Gucke mehr hat im Club Hast du so eine hinterher Ich distanziere mich Und es ist fast gleich Du kannst es ein wenig unter die Lippe reiben Ein wenig durch die Nase durchnehmen Keine Nasenblüte Das ist dann nachher richtig gut ESN Hit mich auf Mit dem Discount Code Ähm Stay sober 10% Rabatt auf Koffeinpille Dann noch die türkische Version promoten bitte Alhamdulillah Du kannst türkisch nur Ich habe sicher keinen Promocode Das ist fucking türkisch aus Hauens Ich würde jetzt mal links gehen Jetzt links Jetzt Wo ist das Summer Casino? Merci Entschuldigung, ist das Summer Casino? Oh, die Kamera wegticken Nicht filmen, oder? Bist du ja sofort? Bist du ja sofort? Bist du ja sofort? Bist du ja sofort? Bist du? Bist du? Bist du? Weisst du was ich am Mainz zuerstet? Ich bin Ballert Oh hat nicht geschlossen Das ist schön, oder? Ciao, Janis, freut mich. Hallo, Janis, freut mich. Willst du noch filmen für uns? Das ist kein Problem, oder? Nein, ich muss einfach alle Gesichter verpissen. Wir haben auch wieder vorhin gesagt, so nice ist Open-Air-Stage. Das war so ein Vibe. Wir sind im Sommer-Casino Backstage angekommen. Matteo, a.k.a. Matthew Cass, Berghai, a.k.a. Agent. Er hat noch nie etwas gemanagt, aber er ist in Zukunft für diese Position vorgesehen. Kameroman, natürlich Geburtstag. Das erste Mal haben wir hier einen Bierzapfen bei uns. Im Backstage, das heisst Unlimited Bier. Ich zeige euch jetzt, wie man das zapft. mit dem Discount-Code SOMCASINO bekommt ihr 15%. Also wichtig ist zuerst den Schaum gehen lassen, oder? Dann schaltest du es an. Du lässt es immer schön gesenkt steigen, oder? Und wenn wir natürlich noch etwas Schaum gegen den Schluss dann abschalten. Um sich das den Schaum bilden zu lassen. Und hier ist dein perfektes Bier. Zum Wohl, Matteo. Zum Wohl, Matteo. ZEShow Chuimi Jimmy Chima Jimmy Jimmy Jami haue Oops Jimmy Winkel Schau mal den Rabe. Ahhhh. 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 David ist auch ein bisschen schwierig. Ich kann alles essen. Warte, warte, warte. Ich habe ihn gefragt. Wenn Reol gönnt, wie viele Wochen würde er nicht wichsen? Und er hat gesagt 3. Und ich habe ihn gefragt, wie viel wäre es bei Tottenham? Okay, das wäre wie viel ich wichse. Wenn Reol gönnt, wie viele Wochen würde ich nicht wichsen? Ja. Oh, ich würde mindestens 2 Monate in Kassel. 2 Monate? Der Silvio würde nie mehr wichsen. Ich würde nie mehr wichsen. Also Erik, würdest du lieber... Lass dich zu? Ja. Möchtest du lieber... Der ist gut. Beides hat mich legal gemacht. Ja, ich kriege dich nicht... Ja, aber es geht doch nicht. Ich kriege mich. Und wenn du? Töne. Das ist ja so. Ich krieg nach. Warum hast du dich für das Fahrrad gegeben? Wir gehen wieder gut heim. Hey Matteo. Guten Tag. Guten Tag, wo gehst du? Hey, wo ist die Ehring? Mit deiner Kollegin noch mal reden? Ich frage dich. Ich frage dich. Nein. Sag mir nicht tschau. Hey Bro, warte, warte. Nein, warte, warte. Du sollst nicht filmen. Scheiss, warte.